Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... YouTubers Live! Ja, äh, was sind denn unsere Aufträge? Ein Super Monkey Cube Deluxe... Achso, das liegt grad hoch, okay. Jutsch. Achso. Da ziehen wir später hin, oh cool. Das ist geil. Ähm, dann würd ich sagen... Ähm, da können wir noch nicht ran, ne? Können wir irgendwie einen neuen Arbeitsplatz kaufen? Oder kommt das erst später zu einem Event oder so? Äh, ja, kein Ding, dass ich das gemacht hab. Och, so viel, hm, schön. Ne, wie es aussieht, können wir noch keinen neuen Arbeitsplatz oder so holen. Das lange erwartet Spiel ist the last weight lost. Oder white weight, what, what? What? Okay, dann würd ich sagen... Gucken wir erstmal hier über den... Gehäusen. Könnten wir ein neues Gehäuse kaufen, oder? Könnte man sich gönnen. CPU. Ja. Pistatur. Monitor. Oh, alter. Neue Webcam erstmal, würd ich sagen. Oder ein Mikrofon. Neues Mikro und eine neue Webcam. Auf jeden Fall. Schnittprogramm? Und ein neues Schnittprogramm. Auf jeden. Da würd ich sagen... Noch die neue CPU. Nyeh. Wie viel müssen wir zahlen? 800. Nein, danke. Äh, nee. 800 müssen wir zahlen. Dann haben wir noch 600. Drei Tage. Ah. Ich glaub... Ne, wir kaufen danach. Wir kaufen danach, auf jeden Fall. Amazing On. Erstmal gucken, was es hier so für ein neues Spiel gibt. 15. März. 4. März. 9. März. 19... 30. März. Oh, ja. Hier. Das sieht interessant aus. Ich glaub, das holen wir uns. Es ist heute erschienen. Und... Neues Gaming-Video. Nein, zu... Ach, wir müssen das mal warten, bis wir es angucken, ne? Dann können wir uns erstmal die Spiele angucken, die wir nicht mehr brauchen und die dann verkaufen. Das hier zum Beispiel. Das hier. Und... Das hier. Dann machen wir erstmal ein Unboxing. Yeah! Pop-Shots und Omni-Ausgabe. Fertig. Cool Conga. Ähm... Mein lang erwartetes... Erwartetes... Unboxing. Oder so. Äh... Kauf ein Spiel. Nice. Und... 75.000 Abonnenten. Okay. Ich würd sie ja ein Video machen schicken, aber... Kann sie ja nicht. Und wieso ist das bei mir echt verpackt? Ich hab echt keine Ahnung. Zusammenfassung... Äh... Des Spiels. Lustiger Kommentar? Du hast eine Tracht Prügel bekommen. Mörderischer Blick. Interaktiver Ladebildschirm. Unlustiger Kommentar. Das passt natürlich auf jeden Fall. Schön. Du hast ein Easter Egg gefunden. Singender Kommentar. Und... Winkel in der Verabschiedung. Weiter. Zack. 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 Muss ich das machen. Dann das. Und dann das. Ja. Rechnung wurde bezahlt. Okay. Nice. Dann brauchen wir auf jeden Fall das hier. Dann wird das nicht mehr schlecht. Das wäre noch ganz gut. Und dann noch mehr das. Ja. Gut. 85% Interesse. Das ist super. Das ist schön. Hochladen. Ja. Ist okay. So. Dann würde ich sagen. Gehen wir eine Runde schlafen. Eine Runde essen. Und du machst mal ein Video. Und zwar ein... Eine Preview zu dem Spiel. Stereo-Ausgabe. Es ist... Wirklich... So gut wie ich... Nein, warte mal. Cool Conger. Ist das... Etwa... King Kong? Ja, ich habe schon öfter gesagt, ich bin schlecht beim Namen geben. Ich werde von der Telekom angerufen. Uno Momento. Ja? Hallo? Jo. Instant aufgelegt. Nice. Fortsetzen. Na na na. Na na na. Ich sollte mich vielleicht auch bald nochmal mit ihr unterhalten. Verbrauchen wir erstmal das... Ja, den ganzen Schmarrn hier. Mein Video kommt... Äh, ist fertig. Okay. Und was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ähm... Wir gehen erst mal eine kurze Runde arbeiten, bis die dann mit dem Video fertig ist. Arbeiten. Ich bräuchte halt echt noch einen Arbeitsplatz, ne? Bist du fertig? Nein, noch nicht. Mann. Äh, nur noch einen Runden schlafen gehen. Ähm... Lass sie reden. 5% mehr Abonnenten. Wir haben 100.000 Abonnenten erreicht, Leute. Woo! Ahoy. Ähm... Nee. Genug Freude. Ich gehe nach Hause. Äh... Aufrüsten. Nein. Nicht... Nicht aufrüsten. Nicht... Äh... Nein, 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 nein. Äh... Info. Reparieren würde. Gut. Ah da. Zeige das Ergebnis. Sechsundneunzig Prozent. Wow. Alter. Respekt. Das nehmen wir auf jeden Fall. Hei, hei, hei. Was? Wow. Ist gut geworden, auf jeden Fall. Auf jeden fucking Fall. Er ist fertig. Er ist fertig. Gut. Oh. Dann jetzt. Auch bis es hochgeladen ist? Ja. Aber es geht ja recht schnell, ne? Dann würde ich nämlich jetzt gerne irgendwie mal ein bisschen aufrüsten. Hm. Definitiv die neue CPU. Definitiv das neue Schnittprogramm. Können wir nicht. Hm. Dann warten wir noch kurz, bis wir das Geld hiervon einnehmen können. Wohl, kaufen wir erstmal nur die CPU und dann könnten wir uns sogar noch irgendwie die Tastatur kaufen. Tö-dün, tö-dün. Okay, öffnen. Hey, CPU. Zack. Und... Hey, Tastatur. Dann würde ich sagen, machen wir auch schon gleich nochmal... Reden wir mal ein bisschen mit ihr. Damit sie nicht irgendwie... Kein Bock mehr auf uns hat. Ergebnis anzeigen. Nice. Ne. Wer das Video nachbearbeitet. Deine Mom. Ich würde sagen, danach gehst du arbeiten. Du machst gleich ein Video. Ähm... Zu... Cool Conga und zwei Gameplay. Huh? Dö-dün, dö-dün. Dö-dün, dö-dün. Blablabla. 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 Ist okay. Gut, ähm... Limonade. Hm. Hm? Dann mach ein Video. Gameplay dazu, bitte. Ah. Ähm... Stereo-Ausgabe-Popshoots. Ist alles frisch? Ja. Und du nennst es... Es ist wirklich so gut wie erwartet. Jetzt kann ich es nämlich nennen. So nennen. Glaube ich. Hätt ich es bei einer Review machen sollen? Ich weiß es nicht. Ach, Mensch. Arbeiten. Und noch mehr arbeiten. Wir brauchen halt echt einen zweiten... Nein, 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 nein. Ja, wir laden doch schon was Neues hoch. Ah! An demselben Computer wie mein Mitarbeiter zu arbeiten war nicht die beste Idee. Ich entschied mich dafür, dass es Zeit war, ihm seinen eigenen Computer zu besorgen. Damit wir beide zur selben Zeit Videos machen konnten. Endlich, Standard-PC, 500 Dollar Ähm Beiläuf, auch drum mit Logo Ja, kauf wir einen PC, genau Dann würde ich sagen, arbeiten wir noch eine Runde Können wir nicht, schlafen wir eine Runde Endlich können wir den zweiten Arbeitsplatz kaufen, ey Endlich So, und jetzt arbeiten wir eine Runde Nee Bist du fertig? Zeige das Ergebnis Uh Ja, ist okay Ist nicht das Beste, aber ist okay Hochladen Jetzt können wir auch nochmal doppelt Jetzt können wir wirklich doppelt so viele Videos produzieren Ah, ist okay Ergebnisanzeigen Gut, wir können den neuen Standard-PC kaufen Aber kann ich noch aufrüsten Nach Videokonfiguration, okay Ähm Klar Machen wir Mach du mal ein Video Zu dem hier wieder Und zwar ein Gameplay Das ist einfach unglaublich Nein, jetzt habe ich sie an Arbeitsplatz 1 geschickt, ne Verdammt Ich wollte sie eigentlich an Arbeitsplatz 2 schicken Und danach machen wir ein Unboxing davon Shit Ich wollte sie eigentlich an Arbeitsplatz 2, also an den oberen Rechner schicken, aber Okay Ja, weiß was, ich, ich warte noch kurz Ich warte noch kurz Bis sie fertig ist Derzeit können wir noch schnell arbeiten gehen Oh Äh, bis wann muss das fertig sein? 13 Oh Ah, sollte ich mich beeilen? Dann glaube ich, scheißen wir auf das Unboxing, oder? Ich weiß ja nicht Ah, sie ist fertig, okay Zeige das Ergebnis Ja, ist okay Aber ein Gameplay davon machst du noch Danach machst du eine Review Äh Wie, wie, wie Eine Review Hochladen Unboxing Feierlicher Schrei, das ist geil Wir nehmen Arbeitsplatz 1 richtig Fortsetzen Dieses Mall ist doch ein Einkaufszentrum, oder? Dieses Einkaufszentrum Nein, warte Dieser Einkaufszentrums Zentrums Zentrum Simulator Ist einfach Klasse Uiuiui Kann ich jetzt zu keinem Video schicken? Pause Wieso geht das nicht? Ha Okay, dann halt nicht Dann halt wieder ein Schluck Kaffee Äh, Ladebildschirm mit Hinweis Ähm Unlustiger Kommentar Wir können halt nicht so viel Ich hätte vorher schlafen gehen sollen Du bist ein Level aufgestiegen Mörderischer Blick Ja klar passt das nicht Aber ich muss jetzt so machen Zusammenfassung Spiel Lustige Kommentare Fröhliche Äußerung Ausschnitt Kurzer Kommentar Alter, wird das eine scheiß Nachbearbeitung Alter, wird das eine dreckige Nachbearbeitung Ich werde dir so schlecht Das glaubst du doch gar nicht Ähm Hier, also Das kann auf jeden Fall so gemacht werden Genau Würde ich sagen Machen wir Das Und Das Und das So Und das kommt als letztes Äh Wir brauchen auf jeden Fall den Kontrast Farbe brauchen wir Wir brauchen nochmal Hintergrundmusik Nein, danke Das ist sogar Wow Aber es ist so schlecht Oh mein Gott Ist das schlecht Hochladen Wo ist denn unsere Liebe Ach da oben Mach ein Video Zudem Konga Spiel Noch ein Gameplay bitte Und du nutzt Arbeitsplatz 2 Fertig So Langsam Hab ich Den Drehrausch Da müssen wir den auf jeden Fall mal aufrüsten Würde ich sagen Demnächst Wir sind Level 13 gekommen Okay Und Was haben wir hier Sein der erste Spiel Spiel Dank des exklusiven Angebots Einer Der führenden Publisher Auf dem Markt Machen wir Danach essen wir eine Runde Und Danach machen wir dazu ein Gameplay Glaube ich Fuck Warte mal Wir haben das Gameplay noch nicht gemacht Eine Eine Preview Das ist perfekt Wir haben noch zwei Tage Zeit Fuck Limonade essen Keine Ahnung Limonade essen Hab ich grad gesagt Limonade Okay Ähm Brot Nochmal Brot Okay Spiel wählen Ähm Preview Warte mal Hab ich da Ist das ein Unboxing Oder ein Ich weiß nicht Ob das ein Unboxing war Ich hab doch Das war ein Unboxing Oder Ja Shit Ja es war ein Unboxing Oh mein Gott Besser Einkaufen Ne Warte mal Moment Besser War ich noch nie Einkaufen Ich nenne das jetzt alles Mit Einkaufen Oder so Ich mein Es ist normal Intro mit Logo Zusammenfassung des Spiels Ähm Unnustiger Kommentar Du bist ein Level aufgestiegen Singender Kommentar Ladebildschirm mit Hinweis Äh Kurzer Kommentar Du hast dein E-Stack gefunden Fröhliche Äußerung Interaktiver Ladebildschirm Philosophischer Kommentar Und Zusammenfassung gespielt Zack 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 Das kommt auf jeden Fall nach ganz hinten Genau Nein was Das ist doch gerade Nein Oh man Ich wollte es doch gerade hochladen Das ist kacke Ich hätte mir nicht so viel Zeit lassen sollen Mann bin ich ein Idiot Äh es hat sogar gut Oh man Okay das nächste Mal Ne Gibt es keinen Unboxing oder so Sondern instant wird das hochgeladen Okay wir haben noch Zeit wegen der Miete Zeige das Ergebnis Ja ist okay Jetzt können wir davon eine Review machen auf jeden Fall Nachbearbeitung ist schlecht Oh mein Gott Egal Egal Ähm Spiel wählen Moment Wir können eh nichts machen gerade Gehen wir noch eine Runde schlafen Dann eine Runde essen Ja eine Runde essen Nein danke Dann ist eine Runde Jo Unsere Freundschaft ist vorbei Okay Okay Ich sehe gerade ich müsste den Party beenden Ähm Aber ich will nicht Ich will nicht Wir Ähm Ähm Frischen den Rechner hier oben gleich nochmal auf Okay Wie ich merke ist hier der Rechner Dann geht uns anzeigen Nice Ich glaube wir Das Video lädt da gerade noch hoch Naja Gut dann würde ich sagen Warten wir noch bis das Video oben ist Nee Äh und du kannst ja mal ein neues Video machen Eine Review zu Dem Konga Spiel Ähm Dieses Spiel ist jeden Cent wert Yeah Kann das Video Ja okay Langsam wird's Langsam wird's Und Oh nice Ähm Aufrüsten Damit das hier mal ein bisschen besser wird Ne Ich würde mal sagen Auf jeden Fall eine Webcam Auf jeden Fall ein Mikrofon Auf jeden Fall ein besseres Schnittprogramm Und eine bessere CPU Und Kann ich noch einen Monitor gönnen? Ja ich kann noch einen Monitor kaufen Dann kaufen wir noch den Monitor So Gut Dann haben wir oben auch mal einen besseren Rechner Haben wir unten guten Oben guten Ist okay Öffnen So gut Und dann Wenn das Video Hier von ihr gemacht wurde Dann Werde ich den Part jetzt Wow Wow Das ist echt Wow Ich mein Wow Krass Aber gut Leute Das war's dann mit diesem Part Ich würde sagen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Drei Drei H